Was man mit dem Programm Kalk auch schön machen kann, ist, Diagramme zu erstellen. Jetzt habe ich hier mal ein Diagramm von der letzten Ex. Ich markiere mal diesen grünen Bereich hier und dann sage ich, hier ist das Diagramm-Symbol. Klicke ich hier entsprechend drauf und ich kann jetzt verschiedene Diagramm-Diagrammen. Typen auswählen, Flächendiagramm, Kreisdiagramm, Balkendiagramm, je nachdem, was ich darstellen möchte, eignen sich verschiedene Diagramm-Arten. Ich mache jetzt ganz einfach mal nur ein Sollendiagramm und klicke auf Fertigstellen und man sieht hier schon, ich mache das mal ein bisschen kleiner, Man sieht hier schon, wie das Ganze funktioniert. Also Note 1 kommt einmal vor, Note 2 kommt viermal vor. Man kann hier also an der Höhe der Balken die entsprechende Notenanzahl ablesen. Sollٌ Was ist das?